Die elektromagnetische Strahlenbelastung Umweltmedizin e.V. als Auslöser für eine Vielzahl von Krankheiten fungieren kann, von Schlafstörungen bis hin zur Tumorbildung. Es geht aber auch ganz ohne Strahlenbelastung, meint der Wissenschaftler Hartmut Müller. Diese Möglichkeit besteht jetzt schon. Allerdings ist die theoretische Grundlage dafür noch nicht so populär, dass sie von den Herstellern und von akademischen Kreisen auch nachvollzogen werden kann. Seine G-Com-Technologie nützt eine ohnehin bereits in der Natur vorhandene physikalische Erscheinung, nämlich eine stehende Gravitationswelle. Das sind Druckwellen, Kompressionswellen. Und zwar Kompressionswellen im Raum der Maßstäbe, also die über viele Maßstäbe hinweggehen, von den kleinsten bis zu den größten. Bemerkenswert an der G-Com-Technologie ist nicht nur der Wegfall jeglicher Strahlenbelastung. Da die stehende Gravitationswelle das gesamte Sonnensystem durchdringt, funktioniert G-Com auch unter Wasser und unter der Erdoberfläche in Nullzeit. Diese Gravitationstelefonie würde sich weitestgehend prinzipiell von der herkömmlichen Technologie dadurch unterscheiden, dass keine Trägerwellen erzeugt werden. Dadurch kommen wir auch in einen ganz anderen energetischen Bereich hinein. Es wird weitaus weniger Energie benötigt, um diese Telekommunikation stattfinden zu lassen. Und so gesehen wären im Prinzip schon Sendemasten überflüssig. Der Beweis für die Reife der G-Com-Technologie wurde im Jahr 2001 bei den IT-Tagen im Bayerischen Bad Törz angetreten. Und zwar durch eine Gesprächsverbindung mit der Universität in St. Petersburg. So, dann werde ich mal sehen, ob hier ein Signal mit Resonanzverbund schon stattfindet. So, dann darf jeder sehen, dass wir hier nichts damit machen. Rudolf, du hörst mich jetzt einigermaßen, ja? Ja, ich höre gar nicht. Die G-Com-Technologie auf dem Entwicklungsstand, den wir jetzt haben, wurde durch vereinte Kräfte von Mathematikern und Physikern entwickelt. Wir möchten, und das ist unser Hauptanliegen, dass diese Technologie halt so schnell wie möglich allen zugänglich wird und, ja, dass man das G-Com-Handy oder eben das Bio-Handy im Supermarkt dann auch kaufen kann. Der Denkansatz aber, dem die G-Com-Technologie folgt, widerspricht dem klassischen Geschäftsmodell der Mobilfunkbetreiber. Da G-Com-Handys eine Direktverbindung zwischen den einzelnen Geräten aufbauen, gibt es auch keinen zentralen Anbieter, über dessen bezahltes Sendernetz der Kontakt läuft. Eine Tatsache, durch die die Einführung der G-Com-Technologie nicht gerade erleichtert wird. Trotz ihrer Vorzüge. Untertitelung des ZDF für funk, 2017